Was geht ab Leute sehen wir das Video da, heute mit den Spoilern zu Kapitel 912. Wenn euch das Video gefällt freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben oder ein kleines Abonnement und jetzt legen wir direkt mal los. Ruffy erzählt Tama und ihre Meister das Ace Todes. Tengu ist ein Schwertschmied. Tama weint das Ace versprochen hätte er würde sie mit aufs See nehmen und er sagte zu ihr sie solle doch bitte ein starker und wunderbarer Kunoshi werden. Ruffy wechselt seine Klamotten und zieht einen Kimono an und trägt Tama ins Krankenhaus. Und dabei rennt er auf einmal in Zoro welcher gerade wegrennt vermutlich vor anderen Samurais. Und auf einmal kommt Hawkins vor ihn. Dum dum dum. Ja das war es auch schon mit den Spoilern. Nächste Woche ist eine Pause das heißt Kapitel 913 wird nicht gleich nächste Woche kommen. Ich hoffe auf jeden Fall das Video hat euch gefallen, wenn ja ihr wisst ja Daumen nach oben, Abo Button, Glöckchen und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao! SHUT YOUR MOUTH!